So, moin und herzlich willkommen zu der Zwei Benjo-Kazoo Xbox Live Arcade Edition, yo! Ähm, letztes Mal haben wir den Herbst abgeschlossen und jetzt kommen wir in den Winter nur noch rein. Und das machen wir mit dem Part. Oh yeah, jetzt wird's kalt. Ähm, ihr seht ja schon, hier diese Pflanzen sind jetzt vergammelt und... Ja, ich hatte recht übrigens mit dem, was ich sagte im letzten Part, mit den Waben. Die eine ist hier unter Wasser und die andere ist oben im Nut-Noods-Fenster, da müssen wir reinfliegen. So, dann müssen wir aber, ich glaube, echt gleich ultra fix sein, bevor wir... Alter, ihr seht auch immer noch, ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmes-Session, denn mein Leben ist immer noch im Arsch. Dam, da, dam, dam. Ich würde gerne mich ein bisschen mehr bewegen können, danke. Das ist nett. Denn... Ich würde jetzt erstmal gerne alles wegräumen, weil die... Boah, ich krieg' einen Abdreher. Boah, ne, jetzt hab ich gar Bock mehr. Das ist total kontraproduktiv gerade hier, also lass mich in Ruhe. Okay, jetzt ist die Blumen auch vergammelt. Wollen wir die Blumen mal hier aus Ickermuckum einsammeln, ne? Komm, weil wir so sind. Obwohl wir sie nicht mehr brauchen, machen wir es trotzdem. Jetzt müssen wir, glaube ich, sehr fix sein. Ich weiß nicht ganz genau, wo es ist. Da, 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 da. Ich glaube, wir können aber mal nach... Bei hier Gnorti eine Pause machen einmal. Denn sonst erreichen wir das auch gar nicht. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ich würde trotzdem mal reingehen einmal. Ich glaube, er schläft oder sowas, ne? Kann das sein? Mal schauen. Mal kurz raus. Hallo. Da, da ist sie doch. Ah, wir haben sie. Okay, wir haben sie. Im Winter bekomme ich keinen Besuch. Ja, kannst du sehen, wie nett ich bin, ey? So. Da fehlt uns nur noch eine. Und raus hier aus dem Wasser, ey. Ähm, ja, Eiswasser ist nicht so schön, ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was das heißt, so, wenn man da drin so erfriert. Ähm, tot. Sag ich mal ganz kurz gefasst, so. Man stirbt da drin. Dam, 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 dam. Es gibt hier Flugplatten wieder, damit wir fliegen können. Und es gibt hier Schneemänner und... Haben die Hexenschall auch gar nicht gefunden, ne? Stimmt, das haben wir auch gar nicht gemacht. Ich hab eine Vermutung, dass wir bei den Schneemännern sind. Also bei diesen Mangern da wieder. Ja, was soll... Ich raste echt aus heute noch, ey. Werde ich von diesen Mangern wieder genervt? Ja, die Back... Ich... Ich krieg dich da noch. Wart's ab. Ich warte... Wart's ab. Irgendwann reiß ich diesen Arschloch so weit auf. Ah, da ist eine Flugplatte. Und da ist doch um mit der letzte Jinjo auch. Cool. Okay. Wollen wir mit der Flugplatte mal hochdonner, was? Hoppala. So. Da. Lass uns den Jinjo holen. Okay. Spielabild freigeschaltet. Und Puzzleteil. Da, 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 da. Okay. Warum haben wir auch... Ich weiß nicht, wofür wir das Spielabild jetzt bekommen haben. Haben wir alle Jinjos gesammelt? Oder was heißt das jetzt? Er ist gar nicht da. Okay. Bumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Okay, alles klar. Dann gehen wir auch wieder. Ich glaube, er ist ja keine Noten. Ich weiß gar nicht, wo die Noten sind. Die 20 sind. Die oben irgendwo? Mal sehen. Mal wie jetzt mein ganzes Schnee mal erkalt machen, weil die nerven mich total. Da, 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 da. Ne, komm, wir fliegen mal hoch, einmal. Ich würde gerne was anderes nach... Doch, ich weiß, wo der... Ich glaube, ich weiß, wo der Hexenschalter ist. Ich glaube, ich hab so ne... Ich treffe doch gar nicht jetzt. Autsch. Ich treffe nicht. Das war doch wieder total klar. Ich treffe nicht. Dann schiebe ich die Wand. Ach, come on, ey. Wollen wir erst das Puzzleteil holen von ihm? Na, komm, wir holen das Puzzleteil. Haben wir von hier. Moin. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Das ging echt schnell. Überleg mal, das war einmal komplett. Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist die... So. Das letzte Puzzleteil aus einem regulären Level. Wir haben alle gesammelt. Und so haben wir 10 in dem Level auch. Gut, es gibt noch das 10. Puzzleteil außerhalb der Welten halt. Und das ist das in Grund, dass reich. Okay, aber dafür müssten wir natürlich erst mal den Schalter finden. Das wäre eine reine Option. Da wir den... Wow, das rutsche ich hier. Ähm, da wir den noch nicht haben. Ja, müssen wir erst mal hoch, würde ich sagen. Aber der sieht nicht so gut aus. Die warme, warme Dingsbums da unten. Das warme Dingsbums. What the hell? Ich dachte, ich kann gerade fangen runter wieder. Jetzt bin ich ganz oben und das hat gar keinen Sinn, ey. Ähm, yo. Ich würde gerne mal nachschauen. Da ist die Treppenaufgang gewesen. Davon sind auch noch Noten. Aber erst die Noten sammeln und danach wollen wir mal die Versuche, die Noten... Äh, die hier warmen zu... Äh, die warme Zonen. Ich muss selbst erst schauen, wo die ist, weil... Ich gar nicht sicher bin. Ich wollte gerade sagen, wie kommt der Schnee eigentlich jetzt hier hin? Das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Akzeptiere ich nicht. Also... Ach, da oben ist auch noch ein Feld. Okay. Ja, dann sollen wir jetzt erst mal die... Waaah, die Noten ein, hier. Okay, die haben wir auch. Ja, komm. Was willst du denn jetzt von mir? Und da ist er. Ich habe den nächsten Schalter gesehen. Da unten ist er. Okay. Ja, wie sollen wir da hinkommen einmal? Also ich fülle im Prinzip jetzt nur noch die restlichen Noten und der letzte Wabe. Die letzte Wabe. Okay, wollen wir erst mal die Wabe holen, ne? Oder? Was meint ihr? So, wow. Und ich habe es sogar gleich getroffen. Aber das war... Autsch. Das tat wie, aber wir haben das Ding aufgemacht. Ja, ich musste aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Ich bin ein bisschen sehr mutig gerade. Ich sehe es selbst. Ich muss auch gerade denken so. Was zur Hölle treibst du da, Paddy? Okay, gib mir bitte mal die Wabe her. Danke. Wollen wir erst mal... Ich würde jetzt erst gerne mal... Deswegen kam ich auch darauf, dass da Noten sind. Das weiß ich auch wieder, warum. So, können wir da rein, danke. Gut. Habe ich recht gehabt? Das ist hier die Waze. Jetzt ist... Oh, was ist... Wie seid ihr denn hier reingekommen? Dam, dam, da, da, dam, dam. Was für Musik hier, ey? Da ist sie. Ja, die ist hier echt drin. Gott, wir haben alle. Im Prinzip haben wir sie alle. Aber jetzt muss ich auch erst mal den Weg finden, da hochzukommen. Okay, ich habe sie gefunden, glaube ich. Den Weg da hoch. Okay. Und wir haben alle. Zeig mir den ohne ich. Einen Erfolg für bekommen. Und was passiert mit unserem Leben? Nichts. Es passiert nichts. Wow. Ich bin stolz auf nichts. Ah, cool. Ich würde jetzt gerne erst mal den Hexenschalter aktivieren. Und danach gehen wir die restlichen Noten holen. Wow. Das war das, was ich gerade meinte. Das war echt scheiße knapp gerade. Aber ihr seht jetzt selbst, der Wind ist am kürzesten. Im Prinzip ist er echt kurz, weil... Es nur noch Reste einzusammeln gibt jetzt. Denn ich würde jetzt gerne den Hexenschalter holen. Na. Autsch. Das hat weh. Aber ich weiß, wo der ist. Das ist halt auch wichtig. Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, wo der ist. Das heißt, wir können jetzt einmal hier rüberjumpen. Und es hat gelangt sogar. Ich glaube es nicht, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Jetzt wollen wir ja hoch da. Ich würde jetzt gerne erst mal den Typ nach kalt machen, weil der nervt mich. Dann kommen wir nicht an diesen scheiß Hexenschalter ran. Okay. Jetzt habe ich nicht getroffen. Okay. Jetzt aber. So. Tschüss, Mann. Arschloch. Dam, da, dam, dam. Okay. Den haben wir auch dann. Yay. Und der Hexenschalter ist aktiv. Und das Puzzleteil ist da oben. Wir müssen tatsächlich nochmal in den Frühling rein, ey. Denn wir müssen wie Biene sein. Aber ich denke mal, das stört jetzt gerade nicht so sehr. Aber wie gesagt, erst mal die Noten. Dam, da, dam, dam, dam. Wir sind gut in der Zeit. Wir sind so scheiße gut in der Zeit noch. Das ist unglaublich. Wir haben es echt geschafft, das Level. Im Prinzip sind wir durch hiermit. Aber erst mal die Noten. Das wird mich noch genug ärgern. Das werde ich mit euch. Obwohl, so viele sind es ja auch gar nicht mehr. Ach, was willst du denn jetzt, ey? Halt die Banken. Aufpassen. What the fuck, ey. Aufpassen, ey. Meine Fresse. Kannst auch für mich zu nerven. Das wäre nett. Das wäre nett. Kann man dich eigentlich so killen? Warte mal. Mal was ausprobieren. Okay, das geht nicht. Schade, ich darf mich nicht so killen. Man kann es doch mal ausprobieren, oder? Okay, wir wollen kurz warten. Ich muss kurz die Kamera wieder drehen. Danke. Jetzt können wir auch weg. Was für ein Pussywolf hat das denn? Alter, was hast du hier geworfen, ey? Wie geil sah das denn aus, ey? Ey, ich stehe mal so komisch geworfen. So, dass er hochflog und genau vor die Füße flog. Das hat ziemlich bescheuert auf. Okay. Sechs Noten fehlen noch. Sechs verkackte Noten noch. Und dann haben wir es. Halt die Frage jetzt, sind die hier alle? Ja, jetzt müssen wir auch da hochkommen. Das weiß ich. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Jetzt fallen wir da runter und dann ist es schlossen lustig, ey. Okay, jetzt haben wir es. Gut. Vier Noten noch. Wo sind die? Ganz im Ernst, wo sind die? Autsch, das ist mir jetzt gerade egal gewesen, weil ich wollte ja mal landen hier. Die müssten alle hier sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ergibt gar keinen Sinn. Weil wo sollen die? Warte mal. Oder sind die hinter den Dinger, unter den Schneemann? Das kann mir jetzt echt nicht vorstellen. Wir fliegen noch mal eine Runde. Jetzt sollen wir die letzten vier Noten noch mal suchen, weil ich weiß, wo die sind, ey. Jo. Ich muss mal nachschauen. Oder warte mal, waren wir? Wir waren hier oben, ne? Aber wir sind nicht weitergegangen, oder? Doch, wir sind schon, weil wir waren auch ganz oben einmal, ne? Wir waren einmal ganz oben. Ich muss mal was nachschauen. Äh, ja. Wo sind die gammeligen letzten Noten? Wo sind die? Ich hab keinen Plan. Von mir kostet mich das Fliegen auf sowas, obwohl ich gar nicht die Sturz-Attacke benutze. Warte mal. Stopp, zurück, 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 zurück. Ich glaub, ich hab da was gesehen. Kannst du also mich jetzt gerade geirrt haben? Willst du mich gerade verarschen? Okay, ich hab mich geirrt, ne? Kann das sein? Ja, ich hab mich geirrt. Ähm, ja, Leute. Ich weiß nicht, wo die Noten sind. Die vier. Heißt, also gehst du mal auf die Nerven. Jetzt kann man nachschauen. Ist nichts drin, okay. Okay. Ich bin ein wenig verwehrt. Das gebe ich zu. Das mag ich zugeben. Warte mal. Ich muss kurz mal... Alter, ich wollte nur hier mal landen. Ich wollte mal kurz hier rein haben, aber hier drin waren wir noch nicht. Wir sind jetzt in den letzten vier Noten auch hier einfach nur drin. Das kann auch sein, weil wir jetzt mal auch hier vier Noten gefunden hatten. Aber hier sind... Hier ist nichts. Ey, ich bin hier nur ein Schank, ey. Da war eine Freundin, ey. Ja, komm. Ist das nicht kalt jetzt ein bisschen hier? Ah ja, super. Soll ich mit Eiern? Das ist mal eine Frage. Ich habe keinen Plan, wo die vier Noten sind, die letzten. Ich habe echt keine Ahnung. Waren wir da oben schon? Ja, ne, oder? Ja, waren wir doch schon mal drin, oder? Also hier waren wir schon mal drin. Aber ich meine jetzt, ob wir jetzt einmal nachschauen sollten, ob da etwas drin ist. Ja, guck mal nach, ob jetzt hier was ist. Vielleicht ist jetzt ja hier auf einmal die Noten drin. Nein, hier sind nichts. Da ist nur Wasser und nichts. Ich habe keine Ahnung, wo die Noten sind. Ich gebe es zu. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Kein Plan. Bin nicht überfragt. Ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt scheiße. Okay, aber ein bisschen aufpassen sollte ich trotzdem noch. Das wäre eine ziemlich schlechte Situation. Jetzt werden wir runterfallen mit einmal. So. So, ich wollte die Kinder mal kurz killen, ja? So, können wir mal hier einmal auch lang gehen. Wir laufen einmal hinter dem Haus einmal lang. Aber jetzt auch nichts. What the fuck? Wo sind die letzten Noten? Alter, ich habe keinen Plan. Das ist unlogisch. Wir haben 80 Stück gehabt, bevor wir in den Winter reingegangen sind. Jetzt müssten ja noch vier. Autsch. Jetzt müssten ja noch vier Noten sein irgendwo. Ja, wo? Ja, wo? Oh, ich habe keinen Plan. Das ist kacke. Das ist doch richtig kacke gerade. Ist hier im Wasser? Nee, als ob. Haben wir bei Gnorti geguckt da gerade eben. Wir waren ja nur kurz, aber drin haben... Ich gehe nochmal bei Gnorti geguckt, meinst du mehr? Hallo, ich würde... Ich sehe gerade, dass wir nicht mehr so exakt viele Leben haben gerade. Das ist schlecht. Aber gut ist... Okay, gut. Wir sind im Wasser. Was natürlich jetzt nicht so optimal ist, aber... Ich glaube, wir kommen trotzdem da an. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir probieren es aus. Wir schwemmen Stämpel so, so gleich. Ist halt einfach so. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Noten sind. Also, es kann nur bei Gnorti noch sein, weil wir da nicht geschaut hatten, glaube ich. Da waren wir nur kurz drin und sind wieder rausgegangen gleich. Weil wir nur kurz einmal da drin waren auch. Es kann sein, dass es hier war. So. Da habe ich recht. Es sind die... Ah ne, hier waren wir doch schon. Wir haben doch geguckt hier. So. Hier ist aber nichts. Hier ist gar nichts. Ey, ganz klasse. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich setze euch einen Cutten da einmal kurz und schaue mal nach. Und... Ja. Leider, es mir tut. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Wo haben wir die Noten denn verpasst, ey? Vier Stück fehlen uns, ey. Vier scheiß Noten. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Hm. Das ist kacke. Ja, du müsstest... Ich glaube ja, dass es an einer Stelle ist. Es muss an einer Stelle komplett sein, weil das ist unlogisch. Wo sollen wir die sonst... Die laufen nochmal komplett einmal... Wow. Wir laufen einfach rum. Wir laufen jetzt einmal nochmal rum. Und ich sammle erst mal die Leben ein, ja? Weil sonst sterben wir gleich. Und das ist halt auch für uns absolut keinen Sinn jetzt, wenn wir hier sterben. So. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier geht es auch nicht mehr lang. Da ist alles weg. Okay. Ja, da ist nur so ein gammeliges Haus. Und da bist du doch alle killen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass wir alle killen müssen. Wir können es nochmal ausprobieren. Ja, ich wollte ja gerne hoch. Das wäre nett. Okay, danke. So. Wir werden jetzt mal alle Schneemänner kalt machen. Und zack. Ich habe nicht getroffen. Und jetzt aber. So, tschüss, Mann. Aber das war aber nicht mein Ziel. Anscheinend ist das echt gar nicht so. Wann, meinst du in der Innenseite vom Wespennest noch was? Naja, ist ein Eckabuckum nur. Hallo, ich hänge da fest. Danke. Ey, ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich habe keinen Plan, ey. Ich weiß es echt nicht. Ich muss ehrlich zugeben. Ich habe keinen Plan. So, hier waren wir ja auch schon. Hier haben wir alles eingesammelt. Mein Gott. Hauf zu nerven. Ich habe gesagt. Ja, klasse. Hä, das. What the fuck? Da war ein Leben unter? Cool. Wie geil war das denn jetzt, ey? Das war nicht so gedacht. Ähm, ja. Ich setze kurz ein Cut hier einmal. Ich muss mal kurz schauen, wo die sind. Ich habe keine Ahnung. Bis gleich. So, ähm, ja. Wir haben die Noten tatsächlich im Herbst liegen gelassen. Denn ich war... Ich habe auch nochmal den Part angeschaut, den davor. Wir waren nicht im Wespennest nochmal drin, weil wir hier auch rein kamen. Das habe ich nicht gescheckt. Und ja. Da haben wir sie liegen gelassen. Jetzt haben wir alle. So, Musikmaestro. Wir haben alle Noten auch. Gut. Dann haben wir das endlich geschafft. Wir haben das Spiel im Prinzip 100% durch. Außer es fehlt noch die Grundfildernote. Ja, wie ich darauf kam. Ich habe nachgeschaut, wo wir wie viele Noten bekommen. An welchen Stellen. Und war halt sehr erstaunt, dass man im Herbst ganz 48 Noten finden kann. Und wir haben nur 44 gefunden. Ich habe ein Part extra mir nochmal angeschaut. Komplett. Und da habe ich gedacht. So, ja. Dann musst du da ja definitiv was liegen gelassen haben. Weil anders kann es ja nicht sein. Wie soll das dann zusammenpassen, ne? Okay. Wir müssen jetzt einmal nochmal in den Frühling, wie gesagt. Und uns einmal in die Wespe wandeln. In die Biene. Damit wir das Grundhillerreich-Puzzleteil bekommen hier. Und ja. Das machen wir jetzt auch noch. Ja, ja. Dann geht so langsam dieses Let's Play auch schon zu Ende. Ey. Das ist krass, ey. Ich denke mal ungefähr von dem Zeitpunkt her wird das nicht so einen Unterschied mehr haben zu The Last of Us. The Last of Us müsste, glaube ich, letzte Woche zu Ende gegangen sein. Und das ist eine Woche später jetzt. Also so krasser Zeitunterschied ist das gar nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Finde ich erstaunlich. Ich habe mir gedacht, Banjo-Kazooie ist viel später angefangen erst. Naja, was soll's. Ist doch nichts tragisch, oder? Es hat mir auf jeden Fall bisher Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es kommt noch eine Stelle im Spiel, die wirklich abgefuckt wird. Ähm. Das Rätsel, wovon ich auch schon gesprochen habe. Das wird auch noch lustig werden. Yeah. Freut euch darauf schon mal. Da werde ich definitiv auch failen. Yeah. Fails mit Puddy. Da freut ihr euch schon drauf, ne? Gibt's oder freut ihr euch drauf? Wer freut sich nicht drauf? Man fails mit mir. Drei Part zuerst mit dem Frühling, Mann, ey. Jeden Part. Jetzt sind vier Parts mal komplett in diesem Level, ey. Komm, Mommo. Komm rein da, Digga. Ugeba, Ugeba, Ugeba. Ugeba, Ugeba. Ich glaube, dass in dem Part sogar noch. Ähm. Na komm. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nicht fliegen. Komm, na da. Raus hier. Danke. So. Ja, ich glaube, in dem Part gehen werde ich noch. Ne, okay, das machen wir als Nächsten. Ihr müsst ja eh nachschauen, wegen der Chito-Seite, die noch fehlt. Wo die jetzt genau war. Aber ich glaube, ich weiß, wo das war. Wo ich mir jetzt... War das nicht in Freezy Peak? Da mussten wir als Krokod... Ne, doch, oder? Haben wir in Freezy Peak hier die Chito-Seite eingesammelt? Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau mehr. Wollen wir die beiden Chito-Seiten eingesammelt? Also die eine war jetzt nicht vor allzu langer Zeit. Du hast die Bucket Bay hier vorne, war es ja. Aber... Ähm, ja, wo sollen wir... Wo ist das Puzzleteil? Denn das ist draußen. Hallo? Ich da... Ah, tschach. Guckab mir die Gebiene. Hallo? Lass mich raus hier. So, tschüss. Ich gehe. Da ist es. Das letzte Puzzleteil haben wir jetzt gesammelt. Da, 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 da. Ja. Wir haben alles. Oder? Mal schauen. Wir gucken mal nach. 900 Noten. Wir haben 10 von 10. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und da sowieso. Was die Bucket Bay. Click, lock, what? Ja, Leute. Ich würde sagen, wir haben das Spiel zum Prinzip 100% durch. Aber, ja, uns fehlt noch die eine Chito-Seite, die ihr noch holen wollt. Und danach machen wir uns langsam auf den Weg zum Quiz, würde ich sagen. Ob ich da jemanden dabei habe zum Karukorum mit hier, das hängt an der Person ab, wenn sie keinen Bock hat, dann mache ich es alleine. Gut. Ich würde euch sagen, wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Tschau.